Auch wenn Erik der Kronprinz ist, so hast auch du eine gewisse Verantwortung. Und denk daran, Prinz zu sein, ist keine Strafe, sondern ein Privileg. Deshalb habe ich gemeinsam mit meinen Eltern beschlossen, jetzt und sofort auf das Elite-Internat Hilashgar zu wechseln. Drei Jahre halte ich es hier nicht aus, Erik. Tu, was die Erstklassler tun und mach, was die Drittklassler wollen. Du meinst, was August will. August ist Familie. Wir wollen für Wilhelm eine Einwahlungsparty schmeißen. Wenn meine Schwester und ich mit auf die Party dürfen, organisiere ich das, was du wolltest. Gut gemacht, Sozi. Ich bin Wilhelm. Simon. Es ist echt nett von dir, dass du dich so um die Schulfreaks kümmerst. Sarah ist kein Freak. Sie ist die einzige Person hier, die authentisch ist. Ich würde lieber hierbleiben. Mein Bruder will tatsächlich am Wochenende in der Schule bleiben? Wilhelm hier ist Mama. Ist was passiert? Erik ist tot. Du bist nun mal der Einzige, der nach Erik den Thron übernehmen kann. Ich weh, dass du alle unsere Nachrichten löscht. Ich kann das hier nicht mehr. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wille? Du bist gekommen. Ich weiß, dass du das Video hochgeladen hast. Wir haben jetzt die Chance, stillschweigen darüber zu bewahren. Du bekommst vielleicht keine zweite. Wir haben nichts Falsches gemacht. Weißt du, was es für einen Aufstand gäbe, wenn ich mich outen würde? Wie kannst du das von mir verlangen? Ich will nicht dein Geheimnis sein. Ich liebe dich. Nur weil ihr im Moment nicht zusammen seid, heißt das nicht, dass es total aussichtslos ist. Simon hat gerade ein Date. Wilhelms Verhalten in der letzten Zeit hat den Hof dermaßen beunruhigt, dass beschlossen wurde, für mögliche Ereignisse einen Plan B zu entwickeln. In dem Fall wärst du in diesem Plan dafür vorgesehen. Achtung! Fertig! Das Video hat August gepostet. Ich glaube, du verstehst mich, wie sehr ich es bereue, was ich getan habe. Ich wollte ihn bei der Polizei anzeigen. Und jetzt liegt es auch an mir, das Königshaus zu schützen. Wenn du zur Polizei gehst, dann kommt das mit den Drogen ans Licht. Der Name deines Vaters steht auf den Dosen. Wer hat dich gewarnt? Sag verdammt nochmal, wer es war! Ich war's! Du bist echt so widerlich. Weißt du das? Hallo? Ich möchte ein Verbrechen melden. Und wenn es geheim bleiben muss, dann ist das eben so. Ich liebe dich. Das in dem Video, das damals veröffentlicht wurde, das waren ich und Simon.